Ein Panzer, den wir glaube ich schon wirklich lange nicht mehr gesehen haben, ist heute mal wieder im Fokus und damit herzlich willkommen zu Let's Play World of Tanks mit dem Old Republic und seinem SP-1C auf der Karte Flugplatz. Er ist hier mit seinem 7er leichten Panzer in einem 8er Gefecht angekommen, also das ist ein vernünftiges Matchmaking, da kann man schon mal es reißen. Jetzt schauen wir nochmal, wie viel man da betreißen kann. Dieses unglaublich kleine Gefährt, das also gerade im Vergleich, wenn es irgendwie so neben dem Japaner Heavy steht, so mini wirkt, ist schon unglaublich. Mit einem 3er Magazin, gerade den Panzer haben viele nicht auf der Agenda, deswegen gucken wir hier nochmal die Durchschlagswerte an. 180 mit Normal, 250 mit Premium, in dem Fall Heat und 45 mit HE, aber ich denke mal Normal sowie Premium Heat ist dann da das Spannendste. Und jetzt will er erstmal wohl die Mitte beackern und fährt dementsprechend hier Richtung Mitte und schaut, was er da so reißen kann. Schöner Effekt einfach hier durchs Wasser mit dieser kleinen Bugwelle. Da wartet auch schon Panther auf Gegner und er wird natürlich sich da gern ein Stück vom Kuchen abschneiden, sofern denn da was kommt. Der Panther wurde schon hier getrackt, also man sieht zumindest Gegner schauen hier schon drauf. Er ist auch selber schon offen. Gegner hat keine Artie, das ist sein Glück, das heißt er kann hier auch trotzdem weiterstehen, ohne dass er hier was befürchten muss. Da jetzt der M46KR, vielleicht kriegt er den schon rein. Ja, sehr schöner Snapshot. Kurz geaimt und zack, drauf, der zweite, der ging daneben. Und jetzt zieht er sich zurück, bevor er einen kassieren muss, weil auch der T32 ist da schon gefährlich nahe. Und jetzt fährt er komplett zurück, denkt sich, nee, die Mitte, die wird mir jetzt doch zu heikel. Aber auf keinen kommt er da jetzt gerade gut drauf. Hier drüben ist auch einiges los, also jetzt ist kein Selbstläufer hier rüber zu fahren. 3 zu 4 steht es aktuell. Also da ist noch alles offen. Ganz im Gegenteil, 3 zu 5, also geht sogar Richtung des Gegners Hand. Da kommt er auf die Sud drauf. Erster Schuss, klappt nicht. Zweiter Schuss, klappt auch nicht. Und jetzt ist er offen, jetzt zieht er sich zurück. Aber auch der letzte Schuss, also keinen durchschlagen, das ist ärgerlich. 3 zu 7, naja, gut 4 zu 7, also es ist schon ganz klar, dass hier der Gegner aktuell die Nase vorne hat. Jetzt vielleicht den IS-3, ja, der ist wichtig, um hier wieder den Anschluss langsam, aber sicher zu schaffen. Der Bulldog. Ein interessanter Schuss, weil er irgendwie so halb gefühlt gar nicht zu sehen war, aber dann hat er es mit dem Auto probiert und hat damit funktioniert. Also, perfekt. Kann natürlich auch sein, dass es im Replay wieder nicht so durchgekommen ist. Das passiert ja leider häufiger. Jetzt nimmt er sich die erhöhte Position, wo er dann hier wirken kann, auf den KR. KR. Erster Schuss sitzt gleich. Zweiter geht daneben. Und jetzt hat er daneben sich auch noch ein Image stehen. Deswegen hier am besten zurückziehen, weil wenn eine Position zu überlaufen ist, dann hat keiner mehr gefühlt Spaß dran. Aber er bleibt hier oben. Oh, der 32er ist gekettet, hat aber repariert und fährt direkt wieder zurück, weil er weiß, das konnte sonst richtig doof für mich ausgehen. Und jetzt hier der 29er, Zweiter jetzt sitzt, aber kann ihn nicht mehr ketten. Aber das ist nicht so wild, weil er kriegt alle drei Schüsse ins Ziel. Der 112er kommt da von hinten jetzt ran. Jetzt kommt da der T-54 Mod 1 von unten, aber der kümmert sich wahrscheinlich um den Tiger 1 erstmal. Ja, genau so ist es. Der Tiger 1 ist da jetzt zerstört und jetzt will er sich um den wiederum kümmern. Das heißt, schnell umfahren. Erster sitzt. Zweiter sitzt. Dritter muss auch sitzen, dann passt es. Und Dritter sitzt auch. Ideal. Super schön gemacht. Dritter Kill, 9 zu 10, also der Anschlusstreffer. Und hier der Jisoo, da hat er kurz einen Prozess gemacht. Und es steht wieder Gleichstand, 10 zu 10. Ja, der T-32, der ist nicht treffbar, aber der T-28, auf den kommt er drauf. Leider nur ein Treffer. Das war es auch schon. Dann muss er sich jetzt wieder zurückziehen. So, jetzt lässt er sich hier troppen. Will vielleicht sich den T-28 da zur Brust nehmen. Aber wo ist der hin? Weil, ah, der steht da in der Kuhle. Der konzentriert sich jetzt auf den 112er. Das heißt, er kann jetzt hier den seitlich nehmen. Erster Treffer, zweiter Treffer und wieder weg. Perfekt gemacht. Und da kommt der T-32. Da muss er natürlich jetzt weg, aber alles gut gegangen. Jetzt hier, T-32. Der erste Schuss. Ah, er hat verschossen. Das heißt, er kann jetzt hier noch locker beide Schuss ins Ziel bringen. Und die Hellcat hat hier den Kill gemacht. Aber am Ende ist es egal, wer den Kill macht. Einen Krieger hätte er natürlich noch gern. Aber es sind noch zwei Leute dafür da. Also den Krieger, den sehe ich noch nicht abgeschrieben. Aber endlich ist es mal sein Team in Führung. Wichtig ist es. Und er macht bisher eine fantastische Runde. Da der sture E-Mail, auf den kommt er hier nicht drauf. Wäre vielleicht auch gut zu wissen, wo ist denn noch der M6? Ist der AFK, oh, das kämpft er noch hier einfach. Da ist er. Der hat sich, wie hat er denn das geschafft, bitte? Wie kann man sich denn da so umdrehen? Ja, also da bringt das Kettbewerken gar nichts mehr. Das heißt, da sollte er jetzt seinen Krieger aber definitiv holen. Er schreibt auch nur LOL. Das ist definitiv LOL, weil die Frage ist wirklich, wie schafft man das? Und jetzt hat er den rausgenommen. Jetzt muss er natürlich nur aufpassen, weil jetzt ist er offen. Er lädt jetzt auch HE, wie man sieht, weil er weiß, okay, sture E-Mail, HE, das klappt. Der 112er fahrt vor. Der muss ja nur einmal schaffen, an ihm vorbeizukommen. Dann war es das auch schon. So 112 hat sie jetzt den Schuss von sich gefangen und jetzt muss er nur noch neben ihn kommen und dann war es das. Dann ist das Thema durch. Jetzt macht der Sture E-Mail das zwar genau richtig, das heißt, er probiert es jetzt hier an der Wand zu drehen, aber es hat er trotzdem jetzt gut gemacht und hat ihn damit zwei Schuss sogar schon direkt rausgenommen. Sieben Kills, 4500 Schaden, 1300 unterstützt. Wenn das keine tolle Runde im SP1C war, dann war ich es auch nicht. Lange nicht mehr gesehen, aber wieder mal sehr spaßig. Bis bald, euer Ekaramba. Bis bald, ich bin ja. Bis bald, ich bin ja. Untertitelung des ZDF, 2020